So, da bin ich wieder. Mann, 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 Mann. Also ich muss was sagen, gell? Diese Quest hier ist diese... ist die nervigste Quest ever. Ähm, die Kisten konnte man noch aufmachen hier. Jawohl. Und natürlich auch nur für die Schreis-Schrotflinde, ey. Ist das zum Kotzen? Echt zum Kotzen hier. Ich muss wahrscheinlich gleich nochmal cheaten. Bei dem, was mich erwartet, da gräuelt's mich. Die Lackaffen mich hier ständig kehlen, ey. So, ich speicher jetzt nochmal. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, ähm... Da um die Ecke stehen jetzt nochmal Raketen, aber ich würde euch, äh... abraten davon, die zu zünden. Ähm... mal rum, seht ihr gleich. So, mal sehen, ob das jetzt was wird hier. Halt die Fresse, du Vogel! Ja, hallo! Ja, komm! Endlich! Endlich! Endlich mal ein Erfolgserlebnis hier! Ach! So! Ach, das ist die Drecksknarre! Jetzt kommen natürlich noch, äh... da vorne Leute mit Steieraug. Wenn mich nicht alles täuscht, also... Nö! Und wieder! Jetzt longo. Entwickl. Seid mal ein bisschen leiser. Okay, ähm, ich seh mal was ich tun kann, Ash. Ja, ähm, ich hab etwas, womit du deine Wunden heilen kannst. Sehr schön. Okay, geh nicht weg, ich komm wieder zurück. So. Verdammt. Okay, wie geh ich jetzt als nächstes vor? Das ist die Frage. Versuche ich es jetzt erst einmal mit der Schrotflinde? Oder doch mit der anderen. Warte mal. Das Problem ist aber, von der habe ich nicht viel Munition. Das ist ein bisschen doof, liebe Leute. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Ähm, ja. Ich werde jetzt noch mal speichern. Sicherheitshalber. Fraps, du bist noch da? Wunderbar. Jo. Natürlich, das seh ich doch von hier. Geh mal ein Stückchen zurück. Wie geh ich jetzt am besten vor? Das ist hier die Frage. Da sind zwei auf einmal. Warte mal. Hier steht natürlich überall, äh, hier steht natürlich überall Sprengstoff rum. Das ist das Gute daran. Ach du Scheiße. Hm. Da kann man doch sicherlich, ähm... Boah, Alter, verzieht sich die Waffe. Das gibt's doch nicht, ey. Hm. Ich muss da drauf schießen, wenn alle drei da hinten sind. Nimm doch mal den Arm weg. Nein! Da ist die dumme Sau. So detoniert das nicht! Hallo? Ha! Träfer! Boah, ey, ist das abnormal hier! Boah, ha, 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 ha! Ähm, hallo? Wieso laufe ich auf einmal so langsam? Hä? Jetzt! Ja nüskulaman! Bis dann. 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 Bis dann.